So, schaut mal liebe Leute, willkommen bei den weiteren Dingen da draußen und wir werden sich dann eh was miteinander vorbereiten, aber da ist gerade ein Bestäuber am Werkeln und schaut denen mal zu, was der da zu tun hat. Der fährt mit dem Kopf in diese Blüte, streckt die Zunge nach unten und dann geht schon weiter zur nächsten Blüte. So, da wieder Kopfhahn reinstecken und ihr seht, diese Oberlippe von diesem Lippenblütler streicht ihm dabei, wo bist du hin, streicht ihm dabei immer wieder über den Kopf drüber. So, das zur Einleitung, da schaut sie mal nochmal zuschauen, da scharf werden, scharf werden, genau und Kopf alleine und auf den Kopf kommt diese Oberliebe drauf. So, ich bereite uns da jetzt was vor, dass wir sich das miteinander anschauen können, was denn da los ist. So, schaut, dies was wir da jetzt eben gesehen haben, war ein Bestäuber bei der gefleckten Taubnessel. Gefleckte Taubnessel heißt es deshalb, weil diese Lippen, also diese Unterlippen, sieht man das da, gefleckt sind. Also das ist nicht auch farbig, so wie es bei der purpurroten Taubnessel wären, sondern eben, da schaut es aus, wie wenn es eine weiße Unterlippe wäre, mit violetten Flecken, das kann sich auch umdrehen, dass es ausschaut, wie wenn es eine violette Schürze wäre, mit weißen Flecken, also auf das darfst du nicht, also das ist, das kann wirklich sehr viel Gestalt sein, sehe ich mal das da, Grashalmweg, da ist es wieder anders gestaltet. Also das kann eben sehr viel Gestalt sein, aber es ist gefleckt und die purpurrote Taubnessel hätte für eine kleinere Zunge. Das sind eben Lippenblüten und ich habe uns da was vorbereitet. Schaut, also, ich habe da so eine Lippenblüte zerlegt und habe uns da was abgehupft. So schaut das Ganze aus, wenn es auf der Pflanze noch drauf ist und da sieht man ein bisschen rein, also oben dieser Helm, könnte man schon fast sagen, in diesem Helm verstecken sich die Geschlechtsmale, also da drinnen ist die Narbe und die Staubbeutel, das heißt, wenn er in der Bestäubereien fährt, dann streicht ihm das Ganze über den Rücken drüber. Anders ist das bei den Schmetterlingsblüttern, das schauen wir sich sicher auch im Laufe des Jahres an, die Schmetterlingsblüttern, ich finde ja, dass die Blüte von den Weiden irgendwie verwechselbar wirkt, nur dort ist es so, wenn man da einen Bestäubereien kriecht, dann streicht er ihm das Ganze über den Popo drüber und nicht über den Rücken, also das ist dann unten verortet und nicht oben. Und das, was da alles drinnen ist, schauen wir mal, ob wir das da irgendwie sichtbar kriegen, es sind nämlich vier Staubfäden mit diesen rötlichen Staubbeutel drauf und in der Mitte seht ihr das, das was ein bisschen wie so eine Schlangenzunge ausschaut, das ist die gespaltene Narbe, das ist der Damenteil. Und wenn das Ganze eben dann befruchtet wird, es geht relativ zackig, dass diese Blüten wieder abfallen, schaut, das sieht man schon rein in diese Schüssau. Die Lippenblüter bilden alle, also das ist familientypisch, Klausenfrüchte. Das sind Zerfallfrüchte, kann ich das noch größer machen? Wenn sich das anschaut, das schaut aus, wie wenn eine Kreuzschraube reingedreht worden war in dieses Schüssau. Ist natürlich keine Kreuzschraube, sondern das sind dann, wenn sie reif sind, zerfällt das in vier Einzelfrüchte in die Klausen und das fällt dann aus. Diese Einzelfrüchte haben ein kleines Anhängsel, eben dieses Elayosom, was Ameisen gern fressen und so wird das Ganze verzeiht. Diese Klausen, das ist eben typisch für die Lippenblütler, ihr werdet das auch bei den Raublattgewächsen finden, also Borage, Lungengrat, Bliertgrat und Beinwell zum Beispiel. Also für das ist es typisch, dass das ausgebildet wird. Ihr findet diese Taubnesseln eben in der Regel massig. Ich verlinke euch unten in dem Fall, also wo unten verlinke ich alle Taubnesseln im Lexikon, dass ihr euch das ein bisschen anschauen könnt, die verschiedenen. Sie haben zwar fast alle die gleiche Lebensgeschichte, also sie verbreiten sie über Ausläufer, die weiße, die gelbe und die purpur, die gefleckte, so wie da, sind ausdauernde Pflanzen. Also die haben mehrere Lebensjahre, wo sie immer wieder blühen. Ein bisschen ein Unterschied ist eben die purpurrote Taubnessel, das ist ein Einjährige. Die ist eben so gebaut, dass die sogar mehrmals im Jahr Samen auswirfen kann, wieder blüht, wieder Samen auswirft, wieder blüht. Also die schafft mehrere Generationen. Und die anderen sind eben ausdauernd, das heißt eben, ja, habe ich eh schon gesagt, zeitgleich muss man dazu sagen, auch die können das, dass sie innerhalb von einem Jahr eine Lebensgeschichte abschließen. Also die können schon im ersten Lebensjahr noch Samenaustrieb blühen. Also man muss nicht irgendwie erst ein paar Jahre auf den Bugel bringen, dass da die Blüte dann entstehen kann. Das geht gleich. Und auch interessant, das haben wir letztens beim Wald Sauerkläge gesehen, es gibt Gleistogamenblüten. Schaut, also da sind die Blüten schon aufgeblüht und da sind ein paar solche Knödel. Also das schaut doch wesentlich anders aus wie eine aufgeblühte Blüte. Das ist nicht irgendwie eine Wucherung oder ein Fehler. Die bleiben zu, die haben gar nicht den Wunsch aufzublühen. Und da drinnen passiert dann praktisch automatisch Selbstbefruchtung, weil natürlich auch da drinnen all diese Geschlechtsmale vorhanden sind. Und somit werden sicher Samen ausgebildet. Das Ganze tollerweise essbar, ich finde es halt sehr strange im Geschmack für meinen Mund, aber das muss man selber kosten. Wenn wer Pilz mag, dann wird er die Taubnesseln wegen. Ihr könnt es da einfach auch drüber fahren und dann wird es schon an der Hand rühren. Also ich finde, das riecht sehr pilzig, aber ja, wieso nicht, kann man machen. Gut, gefleckte Taubnesseln, wir haben sich da die Blüte ein bisschen genauer angeschaut. Wir werden eh die anderen Taubnesseln wahrscheinlich auch noch irgendwann einmal begegnen. Für dieses Ding da draußen soll es das gewesen sein. Wir sehen Sie beim nächsten Mal.